Wenn ich die Tür aufmache, gehe ich raus und ab jetzt mein Kunstkonzept beginnt. Für mich ist es wichtig, meine Malerei oder meine Kunst mit mir zu kombinieren. Es ist wichtig, was ich sehe und was ich übersetze für meine Malerei. Es ist eine Art von Form zum Leben. Zum Beispiel fasziniert mich sehr diese Plakate auf der Straße, aber nicht diese politischen Werbung. Diese kleinen, wo sie manchmal gerissen sind. Oder wenn sie das alles vertreiben, es kommt so fleck, so weiß, schwarz, rot. Das finde ich sehr schön. Ich gehe aus von diesem Material. Besonders diese weißen Flecken finde ich wunderschön. Da sehe ich auch eine wunderschöne Stücke drin. Das ist eine fantastische Sache. Das ist unglaublich schön. Das ist für mich eine Kunst eigentlich. Ich versuche nicht Philosophie zu machen, was die Menschen unabsichtlich machen auf der Straße. Ich versuche, meine Malerei. Ich versuche, meine Malerei. Ich versuche, meine Malerei. Untertitelung des ZDF, 2020